Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Nummer 6 sind wir jetzt schon und ja, mein Urlaub ist zu Ende. Es hat sich einiges getan auf dem VR-Markt und wir gehen heute mal auf ein paar Neuigkeiten ein. Aber erst nochmal ganz kurz hier der Monitor Quest 2 spenden. Also es haben einige Leute gespendet, wie ihr seht und hat mich auch mega gefreut. Das hilft mir ungemein weiter, die Quest 2 zu finanzieren und wenn ihr meine Arbeit, meinen Kanal unterstützen möchtet und sagt, oh ich kann noch den einen oder anderen Euro locker machen, unten in der Beschreibung ist der Tipi Stream Link und da könnt ihr dann spenden. Werdet dann auch hier namentlich genannt mit dem Kürzel, was ihr wollt. Das kann man angeben und ja, das nur mal kurz am Rande. Ja, was hat sich getan? Einmal gibt es eine HP Reverb G2 News, diese Omnicept. Die hat ja Eye-Tracking an Bord, die hat noch andere Sachen an Bord. Da gehen wir mal kurz drauf ein, auf die Infos. Dann gibt es eine Facebook-Neuigkeit, die arbeiten und forschen an haptischen Handschuhen. Da gehen wir mal kurz die Infos durch. Dann hat der John Carmack mit Elon Musk Kontakt aufgenommen über Twitter. Einige, nur eine kleine lustige News meiner Meinung nach. Dann gibt es aber Quest 1, Quest 2 Grafikvergleiche. Da gibt es ein paar Fotos zu, ich glaube auch ein Video. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und dann hat der YouTuber Tyrell Wood, der macht richtig geile Videos, Through-the-Lens-Videos und macht da Grafikvergleiche oder Bildvergleiche eher gesagt zu mehreren Brillen. Also einmal Quest 1 zu Quest 2, dann Wolf Index ist dabei, die HP Reverb G2 ist dabei. Und ja, wir schauen uns ein Video davon an. Also der hat mehrere gemacht, wo er mehrere Brillen miteinander vergleicht. Ich glaube, unsere zeigt die G2, die Quest 2 und die Wolf Index. Also die vergleicht er und ich finde das echt interessant. Und ja, da schauen wir uns mal ein paar Videos zu an oder ein paar Stellen von dem Video. Ja, dann gehen wir in die Gaming-Branche rein oder in die Sparte rein. Und ja, Servius hat ja Walking Dead Unslot, ja meiner Meinung nach, komplett verhauen. Und die kriegen jetzt aber Geld. Wieso, weshalb, warum? Also da gehen wir mal kurz auf die Infos ein. Dann ist Star Wars Squadrons erschienen. Da gucken wir uns mal ganz kurz an, wie da die Kritik ist von dem Spiel. Ich habe es leider nicht getestet. Ich werde es auch erstmal nicht testen, weil mir das einfach zu teuer ist. Der Urlaub war teuer genug und ich muss echt auf meine Finanzen achten. Von daher muss ich da leider passen. Ja, dann gibt es aber ein richtig geiles Horror-Game, Phasmophobia. Da habe ich gestern auch ein Video zu rausgehauen. Haue ich in die Infobox, in die Beschreibung auch. Guckt mal, da war der Chris Reality dabei. Und am Donnerstag, den 8.10. um 21 Uhr gibt es einen Livestream auf den 3Flatinko-Kanal. Und da ist dabei der Chris Reality, der Horschi und der Zitronenarzt und meine Wenigkeit. Da werden wir zu Fiat-Koop, werden wir dann die Geister jagen oder die Geister jagen uns. Wer weiß, ist alles möglich. Aber das Game ist echt der Hammer. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann kommt, ich glaube, morgen am 6.10. erscheint Mikromonster. Das ist ein VR-Film über Insekten und ich finde das echt mega interessant. Denn da werden die Insekten riesig gezeigt. Wir sind klein und dieses kleine Großspiel, das gefällt mir in VR ja mega. Also da bin ich echt gespannt drauf. Den werde ich mir ja mit Sicherheit anschauen. Und ja, das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu der ersten News. So, die HP Reverb G2 Omnicept hat Eye-Tracking an Bord. Und damit lässt sich sehr, sehr viel Rechenleistung sparen. Das nennt sich Four-Wated Rendering. Da wird nur ein kleiner Bereich, wo man wirklich hinschaut, also so eine Art Sweet-Spot, sage ich mal, wird hochauflösend gerendert. Alles andere, was so einfach nur im Gesichtsfeld ist, im Augenwinkel, sage ich mal, wird niedrigerauflösend gerendert. Und das spart mega viel Rechenleistung. Und ja, die G2 ist aber eigentlich auch nur für Unternehmen gedacht. Und auch wenn wir es jetzt irgendwann mal an Bord haben sollten bei jeder Brille, die Spiele müssen das auch unterstützen. Und ja, ich bin echt gespannt, wann das mal Einzug hält in unsere Brillen. Denn ja, unsere Brillen werden immer besser, die Displays werden immer besser, die Auflösung wird immer höher. Und die Rechenleistung nimmt immer weiter zu. Klar, kommen immer bessere Grafikkarten. Aber ja, irgendwann sollte man gucken, dass man das sparen kann. Die Rechenleistung, dass auch so Brillen auch auf kleineren, wenig starken Rechnern laufen oder flüssig laufen. Und ja, das ist meiner Meinung nach unabdingbar, dass wir das irgendwann auch bekommen. Und ja, diese Omni-Set-Variante, die soll ja auch eigentlich nur für Unternehmen sein. Und die hat Eye-Tracking an Bord, die hat kamerabasiertes Gesichtstracking an Bord. Und die hat einen Herzschlag-Sensor. Also ich benutze einen Herzschlag-Sensor ja schon mal gerne bei Horror-Games oder bei Thrill of the Fight, also beim Boxen, bei Sportspielen. Und ja, der hat den hier schon an Bord. Finde ich krass. Und schauen wir uns jetzt hier mal so ein kleines Video dazu an. Da sieht man, wie viel Zugewinn an Rechenleistung man hat, wenn man dieses Eye-Tracking benutzt. Und genau, dieses Eye-Tracking ist von Tobi. Diese Firma hat das damals entwickelt. Und hier sehen wir, diese blaue Linie ist dieses Full-Rendering, was wir normalerweise immer haben. Und ja, dieses Grüne ist halt dieses Full-Fated-Rendering. Und da sehen wir die Grafik, also diese GPU-Last. Und ja, wie wir sehen, ist die beim Full-Fated-Rendering sehr, sehr niedrig. Und beim Full-Rendering natürlich, ja, ich glaube fast das Dreifache sehen wir ja hier, ne, an Leistung, was da benötigt wird, wenn das Bild voll aufgelöst gerendert wird. Und das sollte man echt nicht unterschätzen. Und da gab es auch nochmal was. Und hier steht ja, der Zugewinn an Bildern pro Sekunde liegt bei der aktuellen Messung in der Unreal-Demo durchschnittlich bei 39 Prozent, also fast 40 Prozent Zugewinn an Leistung. Und das ist immens, meiner Meinung nach. Getestet wurde das mit der 270er-Grafikkarte. Und hier sehen wir dann nochmal das Gleiche mit FPS-Zahl. Und ja, da sehen wir halt. Dass wir mit dieses Full-Fated-Rendering-Eye-Tracking immer mehr FPS haben, als mit dem Full-Rendering. Ist ja klar, wenn man mehr Leistung zur Verfügung hat, können mehr Bilder pro Sekunde berechnet werden. Und ja, das hilft uns allen weiter, ne. Ja, also ich finde es echt wichtig, dass das irgendwann mal Einzug hält. Die Frage ist natürlich, was kostet das, wenn sowas in die Brillen eingebaut wird. Die sind ja momentan eher dabei, die Brillen so spartanig wie möglich auszustatten, damit wir, ja, die Brillen zu einem guten Preis bekommen. Sie sieht man ja bei Oculus Quest 2. Und da verzichten ja auch auf super viele Sachen und, ja, geben uns damit die Chance dann halt oder, ja, dass der Markt erweitert wird. Also, wenn man jetzt eine Brille für 300, 400 Euro anbietet oder eine für 700 Euro, ist natürlich ein Mega-Unterschied. Und das hilft uns natürlich allen weiter, wenn erstmal günstige Brillen den Markt überschwemmen, sage ich mal, dass die Leute überhaupt wissen, was ist VR, sich damit befassen. Und bisher war es den Leuten auch meistens zu teuer. Handy für 1200 Euro kaufen, aber eine VR-Brille für 400, 500 Euro ist zu viel. Das mal dazu. Ja, aber der Sony-Forscher Dominic Melinson äußerte im letzten Jahr, dass PlayStation VR 2 mit Eye-Tracking kommen sollte. Also, für die PlayStation wäre das natürlich auch mega. So kann da auch noch einiges gespart werden. Aber da gibt es natürlich auch noch keine richtigen Infos zu, zu der PSVR 2. Also, da müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden, würde ich mal sagen, bis wir da genauere Infos haben. Und ist ja immer noch nicht klar, kommt die in ein, zwei Jahren, kommt die in drei, vier Jahren. Also, das dauert alles noch was. Und, ja, das erstmal dazu. Also, ich finde das Thema sehr interessant und auch wenn die Reverb G2 Omnicep wahrscheinlich unbezahlbar wird für normale Leute und das dann auch nicht Einzug hält in unsere Spiele, wird das erstmal nichts. Da müssen schon mehrere Firmen nachziehen, um sowas einzubauen, damit die Spieleentwickler sagen, ja, wir machen das jetzt auch in unseren Games rein, damit das unterstützt wird. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und das sind die haptischen Handschuhe von Facebook. Und hier sehen wir auch schon die haptischen Handschuhe von Facebook. Und, ja, hier sehen wir, dass irgendwelche Silikonspiralen hier auf den Fingern angesetzt sind. Davon gehen Schläuche weg, pneumatische Schläuche, die, ja, diese Spiralen oder dieses Silikonelement dann mit Luft beaufschlagen können. Und dadurch der Widerstand, der Druck sich ändert und das dann schwerer wird, irgendwas zu greifen und so weiter. Wir sehen ja hier überall sind ja diese Rillen. Diese Kammern füllen sich mit Luft. Und wenn die natürlich prall aufgepustet sind oder aufgeblasen sind, kann ich natürlich schwerer die Hand zusammenhalten. Und das würde natürlich mega sein für, ja, ich packe jetzt in VR eine Dose und die hat ja einen Widerstand. Dann werden die hier beaufschlagt mit Druck, mit einem gewissen Druck. Und so habe ich das Gefühl, okay, ich habe hier gerade irgendwas wirklich in der Hand. Sehr interessant. Auch wenn das nicht wirklich, ja, in den nächsten, weiß ich nicht, fünf Jahren bei uns Einzug erhalten wird. Aber trotzdem finde ich diese Forschung interessant und das zeigt eigentlich, welchen Stellenwert VR hat für die ganzen Firmen und dass die da wirklich auch arbeiten. Und dass das dann irgendwann profitabel wird für die Firmen, sowas zu entwickeln. Also wir sind ja gerade so an dem Scheidepunkt, dass auch Spieleentwickler wirklich Geld verdienen mit VR. Natürlich noch nicht alle, aber einige Firmen. Es lohnt sich langsam, auch für die großen Firmen wie Ubisoft. Oft sieht man ja, dass die jetzt wirklich in VR auch ein bisschen einsteigen und da was produzieren für. Und ja, also wir sind auf einem guten Weg, meiner Meinung nach. Und hier waren auch interessante Videos noch. Genau, das Ganze sind jetzt Grundlagenforschungen. Und wir haben hier so einen Nylon-Handschuh, sage ich mal. Und das sind pneumatische Aktuatoren, die dann quasi, ja, aus Silikon bestehen. Die Kammern werden hier mit Luft gefüllt, wie ich schon eben gesagt habe. Und das Material kann sich ausdehnen und Widerstand simulieren. Und schauen wir uns mal ganz kurz das Video hier an. Da sieht man jetzt noch nicht so viel. Das zeigt quasi, dass ich mich trotzdem vernünftig bewegen kann mit dem Handschuh. Dass ich meine Finger knicken kann ohne Probleme und dass das alles nicht stört. Jetzt sind natürlich auch hier die Schläuche weg. Normalerweise werden hier wahrscheinlich die Schläuche drüber gehen. Aber es zeigt schon mal, wie das Ganze angebracht ist und dass es trotzdem halt praktikabel ist. Und hier sehen wir das Ganze jetzt wirklich auch mit einem Druckanschluss und die dehnen jetzt das Material auch aus. Und diese LEDs sind jetzt nur dafür da, um zu zeigen und Dauertests zu machen, wie lange hält so eine, sag ich mal, so eine Leiterbahn auf diesem Element. Weil klar, wenn sich immer was ausdehnt, wieder weg und immer Bewegung drin ist, ist natürlich sehr anstrengend für so eine Leiterbahn. Und irgendwann sagt die auch mal, so, ich bin mal weg. Und die sind einfach nur Platzhalter, die LEDs, für irgendwelche anderen Sensoren, die man irgendwann mal installieren könnte. Und so sehen die natürlich auch viel schneller, okay, LED 1 ist ausgefallen, da ist jetzt irgendwas defekt und können dann da auch dementsprechend nachbessern. So, da sehen wir das Ganze mal in 5x Speed. Sieht schon aus wie so eine kleine lebende Raupe, oder? Natürlich würde ich gerne mal testen, wie das sich wirklich anfühlt, wenn der gerade mal so aufgeblasen ist, dieser Aktuator. Und ja, wie sich das dann anfühlt, wie sich das verhält, das Ganze. Und da knickt den Finger schon ganz gut. Also ich glaube, der hat ganz gut Widerstand. Okay, ja, da haben sie jetzt Tests gemacht und haben dann festgestellt, okay, diese Membran ist durch. Natürlich sind das kleine Prüfstände und da laufen die natürlich dann 24 Stunden am Tag, machen dann ihre Tests und werden wahrscheinlich auch das Material immer wieder begutachten und so weiter, um zu gucken, wo haben wir Schäden, was ist da schiefgelaufen, was können wir verbessern. Und ja, die machen dann natürlich noch mal momentan nur Forschung. Er hat es kaputt gemacht. Ich spüre mal ein bisschen vor. Okay, der wollte jetzt nur wirklich an die Leiterbahn hier ran. Und das sind die ganz normalen Leiterbahnen, die wir jetzt gesehen haben, die wir von unseren LED-Stripes kennen, die wir hinter dem Monitor kleben oder so. Ja, also ich finde es interessant, wie ist eure Meinung? Hättet ihr gerne sowas in VR, dass man wirklich einen Widerstand hat, wenn man irgendwas greift oder sagt ihr, ist mir eigentlich komplett egal, brauche ich nicht? Die Frage ist halt auch immer, wenn ich solche Handschuhe habe, wie steuere ich in VR? Ja, also momentan haben wir unsere Controller in der Hand, da wissen wir, was zu tun ist. Wenn ich jetzt nur diese Handschuhe habe, wie spiele ich meine Spiele? Das ist natürlich das Nächste. Aber ich finde es trotzdem mega interessant. Und ja, kommen wir zu der lustigen News, John Carmack und Elon Musk. Ja, John Carmack hatte die Idee, ach, ich schreibe einfach mal Elon Musk an, weil ich habe eine coole Idee. Und seine Idee war jetzt, dass der Tesla einfach zur Spielestation wird, also zum Controller. Und somit, ja, man quasi Games, Renngames zacken kann, wie Project Cars und was es da sonst noch gibt in VR, setzt sich ins Auto rein, hat die ganze Pedalerie, hat das Lenkrad und für ihn wäre es das Geilste eigentlich oder das Beste, was es überhaupt gibt. Aber da können alle anderen Sachen halt einpacken. Und ja, so hat er gesagt, okay, ich schreibe jetzt hier mal Elon Musk an. Und ja, da hat er halt geschrieben, wie wäre es, wenn Tesla halt ein VR-Input-Device wird und man so einen richtig coolen Rennsitz hätte oder ein Renncockpit. Und da hat der Elon Musk nur darauf geantwortet, wie wäre es oder wie cool wäre es, wenn man seine Gedanken mit dem Auto verbindet, während man fährt. Und ja, er lehnt darauf an, auf seinen Gehirnschip Neuralink, also er spielt darauf an und ja, Neuralink habe ich ja schon mal vorgestellt in meiner VR-News-Sendung. Weiß nicht, ob das wirklich so toll ist. Wie gesagt, für wirklich kranke Menschen ist das mit Sicherheit. Irgendwann wird das was, aber für uns Gamer kann ich mir sowas nicht vorstellen. Aber mal zurück auf die Idee von John Carmack. Also ich finde es auch gar nicht so schlecht, aber gut, wer hat schon einen Tesla zu Hause und sagt, komm, ich zocke jetzt hier mal mit meinem Tesla VR. Also da gehen die Sachen auch wieder auseinander, die Realität. Also er hat mit Sicherheit einen Tesla zu Hause. Ich kenne niemanden, der einen Tesla zu Hause hat. Von daher, ja, nur eine lustige Anekdote. Und ja, jetzt kommen wir einfach mal zum Quest 1, Quest 2 Grafikvergleich. Ja, hier sehen wir das erste Bild, den ersten Grafikvergleich. Und hier sehen wir die Quest 1 und die Quest 2. Und hier sehen wir, dass wir einmal viel schärfere Texturen haben, viel knackigere Texturen. Die Beleuchtung ist komplett anders. Hier ist es nur so ein verwaschener Fleck. Und hier ist es wirklich viel knackiger. Und ja, die Reflektion sieht irgendwie echter aus, sage ich mal. Hier sieht es fast schon aus wie so ein Spiegel. Und ja, die Textur ist hochauflösender, das sieht man. Und ja, viele Spieleentwickler werden jetzt ihre Quest 1 Titel upgraden für die Quest 2, damit die Quest 2 davon auch profitiert. Das ist ungefähr so, wie als wenn wir jetzt, sage ich mal, einen alten PC haben. Und wir können das Spiel nur auf Mittel spielen. Und irgendwann hat man einen besseren PC und stellt dann auf High. Und so haben wir dann halt schönere Grafik, schönere Optik und so weiter und so fort. Und auch wenn die Quest 2 jetzt rückwärts kompatibel ist zu allen anderen Quest 1 Titeln, also die sehen dann genauso, sage ich mal, schlecht aus wie in der Quest 1, wenn die keine Updates erhalten oder Upgrades erhalten von den Spieleentwicklern, die speziell für die Quest 2 sind. So, was haben wir denn sonst noch hier? Hier haben wir noch Gravity Lab und hier sieht man das ganz gut an dem Rohr. Das Rohr wirkt jetzt metallischer, spiegelnder. Die Reflexion sieht echter aus. Und auf dem Glaszylinder, der hier so weggeht, da sieht die Beleuchtung auch ein bisschen besser aus. Wir haben da jetzt, gut, da hinten sieht man jetzt eine kleine LED-Leuchten. Also die Beleuchtung ist wahrscheinlich auch ein bisschen anders jetzt. Die Spieleentwickler haben natürlich das Problem, wenn die für Quest was produzieren. Die haben eine Hardware und müssen dann natürlich ihre Levels generieren oder bauen. Und ja, wenn die irgendwas gebaut haben, testen die natürlich, wie flüssig läuft das Ganze. Und wenn einfach zu viele Details drin sind, dann läuft es einfach nicht flüssig. Und die müssen immer wieder ein bisschen zurückschrauben, das Ganze, auch wenn die gerne mehr einbauen würden. Manchmal ist es einfach nicht anders möglich. Und besonders Indie-Entwickler haben natürlich auch Probleme mit Optimierungen, weil die einfach nicht das ganze Team haben. Gibt es wahrscheinlich bei großen Entwicklern komplette Teams, die nur für die Optimierung da sind. Und ja, die haben es natürlich auch einfacher. Da laufen dann Spiele auch flüssiger als bei Indie-Titeln, sage ich mal. So, Red Matter war ja auch ein Titel auf der Quest 1, der schon sehr, sehr gut aussah. Und jetzt haben die da auch noch mal dran gefeilt. Hier sehen wir Quest 2, Gameplay oder einen Screenshot. Und schauen wir uns das mal an. Da haben wir jetzt keine direkte... Ja, da war gerade kurz meine Katze vorbeigehuscht. Keine direkte Ansicht. Und schauen wir hier jetzt noch mal nach. Also, was mir jetzt auffällt, ist hier oben diese Schrift. Die sieht... Und das Logo, das sieht einfach knackiger, schärfer aus hier oben, als ob irgendwie Anti-Aliasing eingeschaltet wäre oder höher eingeschaltet ist. Der Boden sieht ein bisschen ja, texturierter aus. Also da sind die Texturen hochauflösender gewählt. Ja, auf jeden Fall. Beleuchtung wird wahrscheinlich auch anders sein. Also sieht man auch schon mal einen guten Unterschied. Hier haben wir noch mal Real Fishing. Da haben wir da auch noch mal was. Ja, und hier sehe ich jetzt eigentlich nur am Boden, meiner Meinung nach, dass der ein bisschen hochauflösender wirkt, als bei der Quest 1. Ansonsten sieht das fast gleich aus. Gut, der... der Busch oder Baum im Hintergrund, der sieht ein bisschen klarer aus, aber ansonsten... Ja. Gut, hinten kann man auch... Also alles, was in der Weite, in der Ferne ist, kann man ein bisschen besser erkennen als in der Quest 1, finde ich jetzt. So, und hier haben wir noch mal ein Video von The Walking Dead Saints and Sinners. Das gibt es jetzt auch bald jetzt für die Quest 2 und wird der... Ja, genau, wird der Launch-Titel für die Quest 2 und da haben die jetzt auch mal Vergleichsvideos gemacht. Brauchen wir jetzt noch nicht mal jetzt hier mit mit Sound. Gucken wir einfach mal so ein bisschen rein. Ich finde, in Bewegung ist es ab und zu schwierig, das da den Unterschied dann zu sehen. Okay, hier sieht man es ganz gut, dass da auch wirklich auf dem Boden das ein bisschen besser aussieht. Sah das Auto jetzt auch ein bisschen besser aus, kann sein. Also ich werde euch definitiv diesen Link von Mixed A hier auch in die Beschreibung packen. Guckt euch, wenn ihr euch das interessiert, mal genauer hin. Macht euch das mal groß und diese Videos finde ich jetzt gar nicht so interessant. Ich finde nachher diese Videos von Tyrell Wood sehr interessant. Die werden wir uns auch in groß anschauen. Diese Through the Lens-Videos. Und hier sehen wir auch Walls of the Wizard. Da haben die die Auflösung 150 Prozent erhöht. Da haben wir auch noch mal ein Video zu. Ja, und genau. Hier sehen wir das jetzt auch. Das Bild ist von Tyrell Wood und hier sehen wir Quest 1, Quest 2. Den Screen Door-Effekt. Also der ist bei der Quest 2. Also ich sehe jetzt keinen auf dem Bild hier. Und bei der Quest 1 sieht man halt noch sehr, sehr gut. Aber selbst wenn man mit der Quest 1 gespielt hat, irgendwann hat man das einfach nicht mehr gesehen. und trotzdem bin ich jetzt froh, dass wir langsam in die Richtung gehen, wo wir das einfach nicht mehr sehen, dass die Displays so hochauflösend sind, dass wir da keinen Unterschied mehr entdecken. Und dann müssen aber auch irgendwann mal richtig gute Linsen her und keine fressenden Linsen mehr, die irgendwelche Spiegel- und Reflektionen verursachen. Das nervt bei meiner Wolf Index. Also ich finde die Wolf Index echt mega. Ich habe da echt nicht viel zu meckern, aber diese störenden Lichter von den fressenden Linsen, die stören doch erheblich. Und ja, hier sehen wir auch nochmal so ein Teilwood-Video. Genau, da hat er auch mal Quest 1, Quest 2 verglichen. Ja, meine Katze läuft hier auf und ab. Lasst euch nicht stören davon. Ja, und hier sehen wir es natürlich ganz klar. Quest 2 und Quest 1. Also das ist ja wirklich durch die Linse gefilmt. Ich glaube, der hat da so einen Sterepour-Kopf, wo der einfach so eine Kamera eingelassen hat und da nimmt er immer eine Seite auf und so hat er immer die gleiche Position. Hat er echt gut gemacht, muss man sagen. Genau, die Quest 2 wird auch mit 8K laufen bei Videos, sage ich mal. Und die Quest 1, da ist mit 5K-Videos Schluss. Da sieht man hier auch Klaus Neuster, VR-Film, Micro Monsters, was ich eben schon erwähnt habe, der läuft in 8K. Ja, Leute, ich würde sagen, das war erstmal der Quest 1, Quest 2-Vergleich. Also man sieht schon einen großen, großen Unterschied, was das Bild angeht. Jetzt schauen wir uns mal Through the Lens-Videos an vom Tyrell Wood und ich würde sagen, gehen wir mal zu seiner Seite. So, hier sind wir auch schon im Video. Ich lasse den Ton einfach weg. Ich lasse nur Bilder sprechen. Aber die sind schon extrem gut, diese ganzen Bilder, die er da gemacht hat. Und hier sehen wir jetzt die Quest 2. Hier sehen wir echt, also ich sehe keinen Screen-Do-Effekt mehr. Dann haut er jetzt die Index da rein. Da sieht man feine Linien, aber ich bin mit der Index super zufrieden. Gut, hier sehen wir hier die Reverb G2. Natürlich auch kein Screen-Do-Effekt. Man muss natürlich auch sehen, dass die Valve Index auch eine viel kleinere Auflösung hat als Quest 2 und die G2. Also das spielt natürlich auch eine große Rolle. Deshalb finde ich das immer ziemlich schlecht, solche Brillen miteinander zu vergleichen. Also als wirkliche Aussage. Klar kann man die Displays miteinander vergleichen. Man sieht jetzt wirklich, oh, da ist ein Riesenschritt zu der anderen Brille. Farben finde ich immer ganz interessant, aber dieses Through-the-Lens-Videos muss man auch immer mit Vorsicht genießen. Obwohl die hier auch sehr gut gemacht sind. hier sehen wir, die Quest 2 hat auch irgendwie knackigere Farb, so wie es aussieht. Und jetzt legt er hier alle nebeneinander. Und das pausiere ich jetzt nochmal. Und ja, hier sehen wir die Quest 2, die Index. Also jetzt sieht es für mich so aus, dass die Index halt die ein bisschen schärferen Kontrast hat oder höheren Kontrast. Aber man sieht halt auch den Screen-Do-Effekt und sieht man bei denen halt nicht. Und ich finde so das Quest 2-Bild irgendwie besser, meiner Meinung nach. Das ist hier. Schauen wir mal weiter. Oh, jetzt zoomt er nochmal so ran. Und da sieht man das natürlich enorm, ne? Wenn man ranzoomt. Also hier bei der Index mega hier sehen wir hier sind so ein paar Linien und hier gehen die Linien so, ja ganz, ganz fein. Also das ist mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht mehr sichtbar. Jetzt haben wir hier nochmal das Project Cars vielleicht. Quest 2. Die geht G2, Entschuldigung. Okay, hier los, die geht die Index natürlich mega ab, ne? Also da sieht man natürlich einen mega Unterschied alleine von ja, von der Lackierung her und so, wie klar das aussieht mit der Quest 2 und der G2. Und das ist natürlich jetzt enorm, ne? Also da sehen wir einen mega Unterschied. Schon krass. Sehr, sehr krass. gerade bei Autorennen, ich finde da, da sind die jetzigen Brillen noch nicht gut genug und da haben wir aber gerade was Interessantes gesehen, als ich geredet habe und schaut mal den den Schwarzwert hier von der G2 da ist der von der Index sogar besser. Also wenn das wirklich das wirkliche Bild ist, ist das krass. Weil ich finde den Index Schwarzwert schon nicht gut und wenn die G2 jetzt nochmal einen schlechteren Schwarzwert hat, aber das ist ja wirklich nur noch braune, graue Matsche, oder? Also wenn das wirklich das echte Bild ist, was wir auch mit unseren Augen dann wahrnehmen, dann wäre das schlecht für die G2 meiner Meinung nach. Da liegt die Quest mit der Index fast gleich, würde ich sagen. Okay, schauen wir mal weiter. Jetzt ist er hier mal so ein bisschen gefahren, hat ein paar Autos vorbeigelassen. Ich finde die G2 hat fast so natürlichere Farben. Mann, ist ein schweres Wort. Ja, die Index lost hier ab. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich mag sie trotzdem. Ich mag sie trotzdem sehr. da zoomt er nochmal mega ran, ne? Und ja, aber was das jetzt aussagt, ist nochmal eine andere Sache. Hier geht er auch auf Elite Dangerous ein, so wie ich das sehe. Wo hat er alle drei nebeneinander? so. Ja, und die G2 hat einen schlechteren Schwarzwert. Das ist für mich ganz klar zu sehen und für alle Elite Fans wäre das auch schlecht. Obwohl das hier nicht so schlecht aussieht. Hier ist es ein bisschen wieder irgendwie grauer als das Ganze. Aber das muss man wirklich selbst sehen. Aber hier, das sieht alles dunkler aus. Die Armaturen. Ja. Also, wen das ganze Video interessiert vom Tyrell Wood, ich werde es definitiv unten in die Beschreibung packen. Schaut euch das wirklich mal selber an auf eurem Monitor. Also, ich finde die Aufnahmen echt gelungen. Hat er echt mega gut gemacht und top Arbeit auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Thema und das wäre ja die Spielebranche oder die Spieleabteilung in eine Newsendung und gehen wir mal zu Servius. Ja, Servius erhält neues oder frisches Kapital und wir kennen Servius ja aus Titeln wie Raw Data, Sprintvektor, The Walking Dead Onslaught, Creed, Rise to Glory und ja, die haben jetzt eine Riesensumme bekommen von Investoren und und ich finde Servius machen keine schlechten Spiele, aber teilweise lassen die Spiele viel zu schnell fallen und patchen die dann einfach nicht mehr. Bei Creed Rise to Glory war es der Multiplayer Part, der mal überhaupt nicht funktioniert hat. Wir haben da ja ein großes VR-Pack Turnier gestartet damals und ja, da gab es so viele Fehler und kamen aber einfach keine Updates mehr raus. Die haben auch irgendwann gesagt, ja, die Valve Index, die kauft eh keiner, die unterstützen wir auch nicht und war schon echt schade. Kleinere Kanäle wie meiner kriegt von denen sowieso keine Testkeys, also finde ich auch sehr schade, wenn Firmen halt zu schnell groß werden, dass die dann auf einmal keine Testkeys mehr rausgeben, denn ja, wir sind so ein bisschen darauf angewiesen, Testkeys zu erhalten, ich kann mir nicht jedes VR-Spiel kaufen und euch zeigen, ich bin da schon darauf angewiesen, von den Entwicklern auch Testkeys zu bekommen und meistens ist es ja auch eine Gegenleistung, denn also wie oft habt ihr schon geschrieben in den Kommentaren, boah, cool, das Gameplay, danke schön dafür, ich habe mir das Spiel gekauft und ist natürlich auch Werbung für die, von daher profitiert ja eigentlich jedes Entwicklerstudio davon. Ja, hier steht es auch noch mal, die haben Sprintvektor gemacht, Raw Data war glaube ich das erste Spiel, was die rausgebracht haben und ja, Walking Dead jetzt das letzte, das war einfach nichts, da muss man ganz klar sagen, war einfach gar nichts. Egal, ich kann es von meiner Seite aus nicht empfehlen, ich würde es auf keinen Fall wieder kaufen, ist einfach nicht durchdacht das Ganze, meiner Meinung nach haben sie sich total verzettelt, vielleicht auch, weil sie unter Druck waren, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch nicht, keine vernünftigen Spieletester, die denen sagen, hör mal Leute, das könnt ihr so nicht bringen, gehört meiner Meinung nach auch zu, dass man irgendwie so eine Closed Beta macht und dann von der Community Feedback bekommt und darauf auch hört, also die Community ist so wichtig und teilweise sind Entwickler ja irgendwie so starrsinnig, dass die ein Spiel entwickeln, aber die sehen wegen Scheuklappen irgendwie nichts, anders kann ich das nicht erklären, ich habe schon so oft mit Entwicklern geschrieben und die hatten das einfach nicht auf dem Schirm, das ist auch gar nicht böse gemeint, weil man kann nicht alles auf dem Schirm haben, dafür ist aber eine Community da und wenn man denen dann Beta Keys zur Verfügung stellt, die dann auch von mir aus danach gelöscht werden, ist doch alles gut, die bekommen Feedback und können eventuell das Spiel verbessern, ist hier komplett daneben gegangen. Auf jeden Fall erhalten die jetzt in der vierten Investitionsrunde 16,7 Millionen US-Dollar und das ist mal ein guter Batzen, sage ich mal und die haben insgesamt in den ganzen Jahren jetzt schon 71 Millionen US-Dollar bekommen von verschiedenen Investoren und hier sehen wir mal die Investoren, die die haben, die die unterstützen und hier steht es auch, Virtual Reality wird profitabel und das ist eigentlich darauf, wo ich eingehen möchte, nicht jetzt nur auf Surveys, sondern auch darauf, dass Virtual Reality profitabel wird für alle Firmen und ja, auch die Corona-Pandemie hat da wahrscheinlich auch geholfen, dass die Leute ja mehr zu Hause sind, die haben mehr Zeit, zocken gerne, auch für Firmen VR ist interessant, man kann wirklich Meetings abhalten, gibt jetzt für die Quest 2 oder Quest 1 auch sogar schon diese App Space Hill, da kann man ja virtuelle Desktops an die Wand schmeißen, man kann Meetings abhalten mit anderen Leuten, man hat Avatare, die wirklich, man scannt sein Gesicht ein und bekommt daraus ein Avatar und all solche Möglichkeiten sind jetzt da und das ist die gute Seite von der Pandemie, sage ich mal, dass VR davon auch ein bisschen profitiert und ja vielleicht geht es anderen Spielentwicklern auch so, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es auch Indie-Entwickler mal eine Chance bekommen von Investoren unterstützt zu werden, gibt so viele gute Spielentwickler, kleine Indie-Titel, die Unterstützung brauchen und nicht nur von uns, von uns kleinen Unterstützern, sage ich mal, da gibt es Kickstarter, da gibt es einfach Early-Access-Titel, die wir unterstützen können, indem wir es kaufen, aber dass die auch eventuell von größeren Firmen auch mal keine Millionen bekommen, aber manchmal reicht ihnen schon vielleicht 10.000, 20.000 Euro, um ein Produkt oder ein Spiel komplett fertig zu entwickeln. Das ist natürlich das, was vielen Leuten fehlt und egal, ob jetzt deutsche Entwickler oder ja, aus dem Ausland, alle haben Geld nötig, alle Indie-Entwickler und ja, das wäre cool, wenn das irgendwann mal der Fall sein wird. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema und das wäre Star Wars Squadrons. So, an alle Leute da draußen, die noch keine VR-Brille haben, zu Hause, es lohnt sich eine VR-Brille zu kaufen. Ja, dank Star Wars Squadrons lohnt es sich jetzt eine VR-Brille zu kaufen. Nein, natürlich es gibt so viele Sachen, die mega geil sind in VR, also nicht nur deshalb, aber das Spiel muss wohl echt gut sein, ich habe es noch nicht getestet, aber muss halt trotzdem sehr, sehr gut sein und ja, Mix.de hat sich mit den Entwicklern unterhalten und die haben halt gefragt, warum sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben, so einen VR-Modus zu entwickeln, denn der VR-Modus ist komplett parallel entwickelt worden, nur für VR und dann gibt es halt diesen 2D-Modus und beides ist unabhängig voneinander entwickelt worden und ja, die kurze Antwort war, weil wir es wollten. Es stand von Anfang an außer Frage, dass dieses Spiel einen VR-Modus haben musste, also sagt der Entwickler und das ist doch mal geil, wenn Spielentwickler sowas sagen und sich auch so ein bisschen in VR verliebt haben und ja, Star Wars Squadrons hat ja einen Mehrspieler Modus, also da kann man glaube ich 5 gegen 5 auf verschiedenen Maps gegeneinander antreten und dann hat es wohl einen coolen Kampagnen Modus, der von zwei Seiten auch gesehen wird, einmal von der bösen Seite, einmal von der guten Seite und man schlüpft dann in die Rolle von einem namenlosen Held oder Piloten und dann geht die Kampagne halt los und hier steht auch mal finanzielle Erwägungen hätten für das VR Bekenntnis keine Rolle gespielt. Natürlich wird es Spieler geben, die sich Squadrons kaufen, um es durch eine VR Brille zu erleben, aber die Entwicklung des VR Modus lohnt sich nicht wegen des Profits, es lohnt sich, weil es geil ist und das ist eine geile Aussage vom Entwickler Ian Fraser und er sagt auch, wenn du noch keine VR Brille hast, dann ist es Squadrons wert, sich eins zu holen. Also echt mega und ich werde mir auch irgendwann zulegen, aber momentan in diesem Monat noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Sehr viel Arbeit floss außer Mini-Cockpits, die in beiden Versionen identisch seien und gleichermaßen gut funktionieren mussten. Es waren viele Monate Design und Iteration nötig. Klar, wenn man so hat in Flat und in VR anbietet, da muss natürlich auch alles passen. Da mussten die mit Sicherheit sehr, sehr viel Arbeit reinsetzen. Es ist natürlich auch schon mal gut zu wissen, dass wenn man VR entwickelt und 2D Flat Games, dass das komplett unterschiedlich ist und dass man nicht einfach sagen kann, ich meine VR Nerds wissen natürlich, dass man nicht einfach einen Flat Game mal kurz in VR importieren kann. Da gehört schon ein bisschen mehr zu und hier geht das ganz klar voraus oder heraus aus dem Ganzen. Da gehen hier nochmal auf ein unfairer Vorteil für VR Spieler. Squadrons unterstützt Cosplay über alle Plattformen hinweg. Das heißt, wer am Monitor spielt, spielt am Monitor. Wer eine VR Brille hat, spielt in VR VR Brille und man kann gegeneinander zocken. Da steht dann, wir testeten von Tag 1 an, einige Spieler spielten in VR, einige auf einen Monitor. Ich denke nicht, dass VR Spieler einen großen Vorteil haben, denn jeder Modus hat seine Vor- und Nachteile und die gleichen sich aus. Squadrons kann man mit Gamepad, einfachen Joysticks oder hoher Setups gespielt werden. VR-Controller hingegen werden nicht unterstützt. Also man muss wirklich mit dem Controller Tastatur oder sonst was spielen, um das zu erleben. Ich denke auch, dass das sehr, sehr schwer sein würde, wenn man das mit den Controllern hier spielt und dann irgendwie damit lenkt, das ist einfach zu ungenau und da hätten Flat Gamer definitiv einen Vorteil dann, meiner Meinung nach. Und ja, die haben das ganz bewusst so gemacht, ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich denke mal, wer solche Spiele hier liebt, der wird auch einen Hotas zu Hause haben oder einen Joystick und wird da auch seinen Spaß dran haben. Genau, wegen dem Feedback und so weiter, haben die sich dazu entschieden. Das Team testete gründlich und wie das Spiel VR-Übelkeit verursacht. Für die Cockpit-Erfahrung baute es auf die Technologie des Studios Criterion Games auf, das die X-Wing VR-Mission aus Davos Battlefront entwickelte. Falls gewünscht, einen künstlichen Tunnelblick aktivieren. Okay, das mag ich gar nicht, aber gibt mit Sicherheit Leute, die das mögen. So, gehen wir mal zu den nächsten, zu den nächsten Seiten und zu den kleinen Tests. Ja, also jahrzehntelang oder zwei Jahrzehnte lang mussten Fans warten, um einen Ersatz für X-Wing Alliance zu haben und ja, Squadrons ist natürlich jetzt ganz neu, aber es ist keine Simulation, es ist mehr Arcade mit einem kleinen Simulationsanteil, wie ich eben gelesen habe und ja, hier wird nochmal drauf eingegangen, dass es zwei spannende Geschichten in den Kampagnen Modus gibt, die von zwei Perspektiven beleuchtet wird, einmal halt von der Rebellion und einmal vom Imperium aus und genau, 14 Missionen werdet ihr stets von euren Kolleginnen oder Kollegen begleitet. Arcade Action mit geringem Simulationsanteil, also das sollte man dann schon wissen, wenn man jetzt wirklich Simulationen erwartet. wird man dann wahrscheinlich hier keinen Spaß dran haben, aber alleine weil Star Wars ist und weil es gut umgesetzt wurde, lohnt sich das mit Sicherheit und ich denke mal, da können auch noch so viele Updates raus, die das Spiel verbessern. Ich habe auch noch von ein paar Bugs gelesen, die da technische Bugs, die das Ganze haben soll, aber EA haut ja immer wieder Updates raus und es geht echt schnell oder teilweise schnell bei denen, von daher Star Wars Squadron sollte man in VR spielen. Hier schreiben sie, dass es ein fantastisches VR-Game ist und vielleicht sogar das beste seit Half-Life Alyx. Also für mich schlägt Alyx, also nichts schlägt Alyx meiner Meinung nach, aber so ein Cockpit-Spiel hat natürlich auch seinen Reiz und man wird mit Sicherheit hier auch Spaß dran haben. Also ich werde es mit Sicherheit irgendwann testen und werde dann auch ein Video draus machen, aber es gibt ja genug schon VR-YouTuber, die da ein Video zu gemacht haben. Schaut euch die ganz einfach mal an. Ich weiß nicht, ob der Hoshi sogar eins rausgebracht hat. Guckt bei dem auch mal nach. Ich denke mal, der wird mit Sicherheit auch bald mal ein Star Wars Squadrons Video rausbringen. Ja, hier werden wir auf Insektengröße geschrumpft bei Mikromonster und das ist ein Oculus Naturfilm und ich finde diese Größenspielerei wie schon erwähnt in VR mega. Ich bin ein riesen Fan von und da darf es mehr Spiele auch von geben die wirklich einen schrumpfen lassen wo man wieder größer wird und so weiter und so fort und ja hier steht wer eine Quest 2 besitzt darf sich über eine besonders hohe Bildqualität freuen denn die Quest 2 unterstützt das Videomaterial in 8K und die Quest 1 nur in 5K also ist die Auflösung hier besser mit der Quest 2 und ja aber es haben ja noch nicht viele die Quest 2 die kommt ja erst am 13. 10. raus der Film kommt morgen erst schon raus und von daher ja da sind ja nur ein paar Auserwählte die die Quest 2 schon haben also ich finde es echt mega wenn man wie auf dem Bild gerade vor so einer Riesengotteseinbitterin steht und wenn der Film gut gemacht ist ist das mit Sicherheit auch mega angsteinflößend also ich bin gespannt auf den Film und ich versuche den auch auf jeden Fall mir anzuschauen und mit Mikromonsters beginnt die nächste Generation immersiven Storytellings und also ich habe ja letztens auch diesen VR-Film Gloomy Eis geguckt und ich fand das mega und da darf es echt mehr geben und so Tier Dokumentation sind sowieso cool meiner Meinung nach und ja steht es auch es ist schwer zu beschreiben das Gefühl auf die Größe eines Käfers geschumpft zu werden der droht von einer Gottesanbeterin gefressen zu werden also das ist besonders reizvoll das Ganze in VR zu erleben und da kommt halt kein Flat Naturfilm kann da mithalten also ich freue mich da drauf und ich werde es dann auch mit der Quest 2 testen definitiv genau der Film ist erhältlich in Oculus TV das ist eine Film App gibt einfach Oculus TV ein im Oculus Store und da könnt ihr euch die runterladen und ob das jetzt was kostet oder nicht steht hier gar nicht ich habe auch eben mal geguckt und ich habe keine Infos gefunden ich bin echt gespannt wenn ihr mehr wisst gerne in die Beschreibung packen und ja kommen wir jetzt zum nächsten Thema einfach und das wäre Phasmophobia ja und hier sind wir auch auf meiner Lieblingsseite VR Legion und wer die Seite nicht kennt www.vr-legion.de und hier hat der Horschi 82 Phasmophobia natürlich natürlich hat getestet und hat darüber einen coolen Artikel geschrieben den wollte ich euch mal kurz zeigen und auch mal darauf hinweisen dass er einen richtig coolen Artikel geschrieben hat zu und ja also Phasmophobia ist echt seit langem mal wieder ein richtig geiler Horror Titel und ein richtig geiler VR Horror Titel denn der wird auch für Flat und für VR entwickelt und das ist ein Indie Entwickler der macht das alleine glaube ich und hat noch ein bisschen Hilfe nebenbei ich habe dazu auch ein Video gemacht ich habe einen Chris Reality gezockt und Video werde ich definitiv in die Beschreibung verlinken und auch in die Infobox packen schaut euch das ganz mal an in dem Game geht es halt darum dass man in Geisterhäuser geschickt wird und man hat dann die Möglichkeit Beweise und hier haben wir verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung die wir uns auch erarbeiten müssen denn je nachdem wie gut wir sind bekommen wir Geld für Beweise und können dadurch auch Hilfsmittel kaufen wie eine Kamera ein Kruzifix ein Geisterbuch wo der Geist manche Geister dann Nachrichten schreiben wir haben eine Geisterbox das ist quasi ein Radio was mit den Frequenzen immer hoch und runter geht wo der Geist dann über die Frequenzen dann ja nicht so tolle Wörter reinspricht sag ich mal meistens Kill Death und so weiter oder ich hab auch glaube ich gesehen beim Hoshi Behind You also das Spiel kommt echt ohne Jumpscares aus es baut so eine geile Atmosphäre auf wenn man in das Haus geht hat man auch so einen Sound so einen Wummern sag ich mal beschreibe ich einfach mal so das ist eine Frequenz was einen schon so ein kleines Unbehagen mir auf jeden Fall beibringt und wenn man dann in dem Haus ist hat man fünf Minuten Zeit mit den ganzen Hilfsmitteln Beweise zu sammeln und wie schon gesagt Geisterbox Geisterbuch Kruzifix Salz Thermometer Fotoapparat Foto Videokamera die man hinstellen kann und wenn man die hingestellt hat kann man in seinen LKW gehen da hat man so eine kleine Basis quasi aufgebaut und dann kann man über diese Videokamera auf dem Monitor sehen was da gerade los ist ja ich weiß gar nicht was es sonst noch alles gibt also wir werden da in der sogar sogar ein zweier koop wie man möchte und ich habe das ja mit dem Chris Reality gezockt und als man dann auf einmal alleine da ins Haus reingeht ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl manche Geister reden auch nur oder zeigen sich wenn man alleine ist also da gibt es verschiedene Geister wo man dran drauf achten muss also ich habe es jetzt echt nur zweimal gezockt das sind jetzt meine Infos so und ich finde das ist ein so geiler Titel schaut euch das Video an von mir und schaut euch die Steam Seite mal an ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung unten und ja schaut euch den Titel an der kostet 11,60 ungefähr und eigentlich viel zu wenig für dieses geile Game ist ein Early Access Titel der wird immer weiterentwickelt von dem Entwickler und der gibt sich da echt Mühe und wer so eine geile Atmosphäre aufbaut den muss man echt unterstützen und für das Geld bekommt man meiner Meinung nach momentan kein besseres VR Horror Game also in Flat ist es meiner Meinung nach jetzt nicht so spektakulär aber das Teil ist auch Flat durch die Decke gegangen also der hat so viele positive Bewertungen bei Steam erhalten aber in VR ist das nochmal was ganz anderes und ja lässt einen das Blut in den Adern gefrieren so habe ich es auch letztes Mal in meinem Video erwähnt lest den Test von Hoshi hier auf der VR Legion durch schaut euch mein Video an und ja das war es meinerseits erst mal ich hoffe euch hat es hier jetzt gefallen wieder mit der VR News Sendung also das waren jetzt meine wichtigen News die ich so interessant fand wenn es euch gefallen hat natürlich wie immer Like raus Abo Button nicht vergessen dann verpasst ihr solche News Sendungen nicht Livestreams wenn die von mir rauskommen verpasst ihr nicht und ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten